Du, Max, kann ich bitte schön gut dein Handy in Jonny anrufen, da zu unseren Besuchung her. Also, weil er in die Idee geht. Weil... Ja, und was sagst du, dass du machst? Sebastian, du kannst gerne irgendwie hören. Ich ruf ihn mal an. Hallo Jonny, du, Max, bist du gekommen in die WG? Bitte, Jonny. Ja, komm jetzt. Wann bist du? Wie lange bist du? In drei Minuten? Ja, komm dann einfach. Okay, pass dann bis gleich. Komm dann mit. Machst du dort rein. Danke. Danke, das macht dich. Bitte. Let's go. Danke. Danke. Hallo, ich bin so nett. Und was geht das jetzt? Ja. Herr Max, weißt du, wo der Jonny kommt? Ja. Ja. Hallo Jonny. Ja, hallo. Hallo. Ja, ich glaube, er geht in eine Stunde. Ja, ich möchte gerne Panami fahren. Wir laden mit der Panami fahren. Dann gehen wir raus spazieren. Ein bisschen spazieren. Wie lande ich auf einer Panami ein? Ja. Wie ist das? Okay. Und gehen wir ein bisschen spazieren, was wir in den nächsten paar Tagen planen. Oder? Ja. Ihr passt dann in unserem Kleid oben. Ich glaube, wir laden hier an, dass eine Panami. Passt. Ich hoffe, dass wir bald Ausflug machen können. Und ich freue mich darauf sehr. Ich hoffe, dass es bald passiert. Und wir können hoffentlich neue Freunde finden. Ja. Ja. Ich glaube, der Max sitzt ja schon in der Küche, oder? Eigentlich. Oder? Sitz der Max schon in der Küche? Genau. Okay. So, jetzt. Hallo Max. Hallo. So. So, die Bananen, damit ich schon mal was zubereiten kann. Kommt schon, ne? Genau. Schön. So. Du meinst, Milch ist in der Küche. Du mal die ganze Bananen an und ich... Und ich du mal den Küche herhören. Und klopfe ich. So. Du bist einfach der Heringfasch. Mhm. So. So, was geht dann? Ja. Geht sie? Mhm. Die ganzen Bananen eigentlich, oder? Was sagst du, Zander? Ja, sicher. Von dem Schaden. Ja, passt. Wenn du viel mit anderen Händen ausstammt. Voll. Dann war alles da her. Genau. So. Einfach ganz rein, ganz rein. Ja. Haben wir durchgemacht. So, ich mach dir die einfach noch. Darf ich mal? So. Und dann Milch zu breiten. Ja, voll. Max, wie viel magst du? Ein Glas. Ein Glas? Okay. Ein Glas. Okay. Passt. So, du machst dir ein Berichter bis dahin. Ups. Oje. So, jetzt tun wir das, äh, mitfüllen. So, und jetzt kannst du dich hinsetzen. Ja. Super. 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 So, ich muss einschenken. Was ist das hier? Was soll ich da hin? Äh, dann nehme ich das Glas. Dann das Glas. Da kommt das Glas. Ja. So. So, du darfst das schon mal hinstellen. Mhm. Bitte John und Max. Okay. Okay, und das soll ich dann anziehen. Das ist mein süchtbar. Mhm. So, jetzt tun wir das rein. Komm, für dich. Ja, passt. Zuerst tun wir ein bisschen trinken. Mhm. Wir gehen runter und gehen noch ein bisschen spazieren, oder? Mhm. Ja, passt. Das andere ist, ähm, was haltet ihr so davon, Jungs, dass meine Gärtner rechnen? Die machen das. Was haltet ihr davon? Johnny, was haltet ihr davon, dass meine Gärtner rechnen? Die machen das. Ja. Meine Beine schreckt, und... Die machen jetzt die richtige Schmocken halt. Genau. Ja. Und... Und was sagst du, Max? Du sollst meine Gärtner rechnen? Ja, gute Idee. Ich bin dabei. Und was sagst du, weil es soll der Inhaber sein? Ich oder der Johnny? Ja, ich bin der Mitarbeiter. Bitte? Ich bin der Mitarbeiter. Und dann... Johnny machen wir jetzt ja die Gärtner rechnen. Dann müssen wir uns da auch Bekleidung kaufen. So grünes Schwirzen, zwei. Und Max, du bist unser... Du kannst uns auch mal was abkaufen, wenn du willst. Ja? Ja. Halt da in der WG unten raus und der Gärtner rechnen. Dann gehen wir jetzt runter, oder? Mhm, passt. Was sehr leicht hat, dass Johnny bei uns auch Besuch war. Dass wir mehrere Aufzüge machen können. Unternehmen. Und ja. Wir kommen. Ja. 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 Ja, ja, ich weiß nicht wie du machst. Ähm... So. So, Jungs, jetzt gehen wir raus. Wir gehen wir schon wieder raus vom Garten, oder? Komm. Ähm... Können wir den Leger oder den Arten anziehen? Schauen wir, Max. So, komm. Kann, kann, nimmst du ihn? So. Okay, ähm, es ist so, Max. So, wir gehen jetzt mal bis da runter. Und was halten Sie davon, wenn wir mal, wenn wir mal, ähm, glaub ich, äh, äh, Johnny? Ja. Johnny und Max, was halten Sie davon, dass wir den Gärtner öffnen? Ja. Und was wir die nächsten paar Tage planen, gell? Ja. Und, ja, es ist so, äh, jetzt sollen wir nicht weiter planen. Sag ich, du musst auch ein Lokal öffnen, wenn man weiß nicht, vielleicht wird's was, oder? Mhm. Dann sagt sie Jungs. Ja. Ja. Komm, wir können wieder umdrehen, weil wir gehen jetzt wieder rein ins Monat. Mhm. Okay, äh, ja. Und wie gesagt, Johnny und Max, wie gesagt, das ist voll gut, dass man mehr Sachen unternimmt. Die können wir zu Ausflüge hinfahren. Mhm. Zu Ausflüge und, ja. Ja. Das wird sicher was, oder? Ja. Ja. Das ist ja. Ja, wie gesagt, und... Genau. Und die nächsten Tage haben wir wirklich viel vor. Let's go, Leute. Gell? Johnny und Max. Wie gesagt, das wird einfach wieder was. Und... Ich fahre auch ein paar Tage zu meiner Mutter, gell? Genau. Wie ist Johnny und Max? Ich fahre auch ein paar Tage auch zu meiner Mutter und... Ja, das weiß ich schon, ja. Du weißt, Joko? Ja. Du weißt. Okay, passt. Ja, ja, es war so, ich habe so ein gutes Gefühl gehabt, wie genau der Johnny, ich habe so ein gutes Gefühl gehabt, wie der Johnny bei uns war. Das erste Mal in der WG, wo wir ihn eingeladen haben auf eine Bananenmilch. Und ich war so erleichtert, das erste Mal bei uns war auf Besuch. Und ich hoffe, dass auch mal, dass ich und der Johnny wie zwei, als ich der Chef bin, dass wir vielleicht eine Gärtnere öffnen. Wir wollen unbedingt genau die Gärtnere, eine Gärtnere öffnen. Und ich hoffe, dass wir auch viele Kunden kriegen, dass wir auch Geschürze rumgehängt haben, so grüne Schürze. Und ja. Und Leute, seid alle gespannt, weil, weil genau, und, weil genau nächste Woche geht es weiter mit, genau mit der Folge Oberwöbling Folge 2, weil genau die Folge, was genau jetzt ist, das ist, und, und Leute, und genau, ich sage immer genau da, am ganz Ende, am ganz Ende des Videos, sage ich immer Leute, äh, sage ich immer, was in der nächsten Woche ist. Was in der nächsten Folge passiert? Wahrscheinlich passiert so, wir, wir gehen wohin, spazieren wieder, gehen blau ein bisschen. In der nächsten Folge passiert wieder was Spannendes, bleibt alle dran, es passiert alles Mögliche wieder. In der Folge 2, weil das ist die Folge, Folge 1. Und in der Folge 2 seid alle einfach gespannt. Und weiter geht's mit dem Dreh. Let's go at this. Da sehen wir uns in der nächsten Folge, Folge 2 Oberwöbling. Bis zur Folge 2 oder der Zwischenvideos. Peace, das war's. Ab Flaggs Advanced is. We're taught, Jana. Oriongeln. Nov chegar. John Whacker. Vielen Dank.